Heute stelle ich dir einen unbekannten, aber wirklich sehr, sehr vielversprechenden Small-Cap-Altcoin vor, der diesen Bullrun noch einige Renditen liefern könnte, aber auch langfristig also in drei oder fünf Jahren zu einer der Top-Kryptowährungen heranwachsen könnte. Es handelt sich um Cadena. Wir schauen uns an, was Cadena ist, woher es kommt, wie es funktioniert und vor allem aber auch, welches Potential der Coin KDA noch hat. Auf meinem Kanal findest du fast täglich 3-Minuten-Videos rund um das Thema Kryptowährungen, seriös recherchiert, kurz und auf den Punkt. Alles, was du wissen musst, in nur 180 Sekunden. Finanzielle Beratung findest du hier jedoch keine, daher bitte ich dich also immer zusätzlich darum, deine eigene Recherche durchzuführen. Also, Cadena ist im Grunde genommen eine skalierbare Proof-of-Work-Layer-1-Blockchain. Hört sich kompliziert an, aber wir werden uns in diesem Video alle Einzelheiten im Detail anschauen. Cadena wurde im Jahr 2016 von Will Martino und Stuart Popjoy gegründet. Beide arbeiteten zuvor bei JP Morgan und arbeiteten auch an JP Morgans erster Blockchain, heutzutage bekannt unter JPmcoin. Will und Stuart haben sich also vor Cadena bereits ausführlich mit Blockchain- und Kryptowährungslösungen befasst. Bemerkenswert ist zudem auch eine ganz bestimmte Person innerhalb des Beratungsteams von Cadena, Dr. Stuart Harbour, Miterfinder der Blockchain-Technologie und der meistzitierteste Autor in Satoshi Nakamotos renommiertem Bitcoin-White-Paper von 2008. Sowohl die Gründer als auch das Beratungsteam haben also wirklich eine Menge Erfahrung, wenn es um Kryptowährungen geht und einige waren sogar schon von Anfang an dabei. Nun, das ist alles schön und gut, aber was macht Cadena jetzt so besonders? Also, wie bereits gesagt, ist es eine reine Layer-1-Blockchain. Es wird also lediglich die zugrunde liegende Haupt-Blockchain-Architektur verwendet und keine Layer-2-Lösung wie beispielsweise Bitcoins Lightning-Network. Jetzt Cadena behauptet, dass sie die einzige wirklich skalierbare Proof-of-Work-Blockchain sind und zudem die sichersten Smart-Contracts haben. Laut Cadena selbst arbeiten sie mit einer Geschwindigkeit, einem Umfang und einer Energieeffizienz, die bisher für unerreichbar gehalten wurde. Cadena bietet anscheinend die Sicherheit von Bitcoin, praktisch kostenlose Transaktionsgebühren und die Blockchain kann zudem bis zu 480.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Meiner Meinung nach wirklich gewagte Behauptungen, aber all das soll mit dem sogenannten Chain-Web-Protokoll möglich gemacht werden. Und ich nehme schon mal so viel vorweg, das Protokoll ist nicht unkompliziert. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung aber ein Video von Cadena selbst, in dem sie das Chain-Web relativ einfach erklären. Und ich kann euch wirklich empfehlen, das Video 2-3 Mal anzuschauen, um richtig zu verstehen, was dahinter steckt. Ich gebe euch hier aber trotzdem die Kurzfassung. Im Grunde genommen hat bei einer traditionellen Blockchain wie Bitcoin jeder Block einen Hash-Code, der auf den zuvor gemeinten Block zeigt. Somit entsteht eine einzelne lange Kette, die miteinander verbunden ist. Cadena geht aber einen Schritt weiter. Stellt euch vor, es gibt nicht eine, sondern zwei Chains, die ihre eigenen Blöcke und Transaktionen haben. Aber diese sind nicht getrennt, sondern sie kommunizieren miteinander, denn jeder gemeinte Block zeigt jetzt nicht mehr nur noch auf den zuvor gemeinten Block in seiner Chain, sondern auch auf den zuvor gemeinten Block in der zweiten Chain. Und Cadena benutzt genau dieses Prinzip, aber nicht mit nur zwei Chains, sondern mit vielen, vielen mehr. Zu Beginn waren es erstmal zehn Chains, aber mittlerweile haben sie es auf 20 Chains skaliert. Und ihr seht schon, da wird es sehr, sehr kompliziert. Aber Cadena behauptet nun, dass sie so viele Chains hinzufügen können, wie sie nur wollen, ohne dass die Blockchain weniger energieeffizient oder teurer wird. Und ich finde, dass das wirklich eine bahnbrechende Innovation ist. Jetzt Cadena hat auch seine eigene Smart Contract Sprache, die den Namen PACT trägt und Sachen wie DeFi, NFTs, Interoperabilität und Multiprotokolle unterstützen wird. Auch wenn PACT nicht so mächtig sein wird wie Solidity, Ethereum Smart Contract Sprache, ist PACT angeblich die sicherste Smart Contract Sprache auf dem Markt und zudem soll sie auch vergleichsmäßig viel einfacher zu verstehen sein. Jetzt das Spannende ist, dass Cadena auf CoinMarketCap gerade mal auf Platz 214 steht, mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als einer Milliarden Dollar. Und ich sehe wirklich, dass Cadena das Potenzial hat, mindestens in die Top 30 oder Top 20 zu kommen. Und auch wenn der Preis in letzter Zeit schon stark angestiegen ist, wäre das für KDA immer noch mindestens ein 10x oder so. Ich persönlich werde mir auf jeden Fall ein paar Cadena Token kaufen. Und falls du das auch vorhast, die besten Börsen, um KDA zu kaufen, sind aktuell Qcoin, Bittrex oder Coinmetro. Ich konnte in diesem kurzen Video natürlich nicht alles über Cadena erzählen, weshalb ich dir nur empfehlen kann, die Links in meiner Videobeschreibung abzuchecken und dich auf der Webseite von Cadena im Whitepaper und auf Twitter mal richtig einzulesen. Ich finde das Projekt auf jeden Fall unglaublich vielversprechend. So, das war es aber auch schon mit diesem kurzen Cadena-Überblick. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann bitte ich dich lediglich darum, meinen Kanal einmal zu abonnieren. Ich freue mich und du verpasst in Zukunft keine Videos mehr. Falls du doch ein Video der letzten Tage verpasst hast, keine Sorge, im Abspann findest du den Weg dorthin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.